Der ehemalige Stabhochspringer hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Der einstige Weltklasse-Athlet, der im März 2017 zum ersten Mal die Diagnose Leukämie erhielt und nach einem heftigen Rückschlag im letzten Jahr den Krebs zu besiegen schien, wurde nur 50 Jahre alt. In einem seiner letzten Interviews mit der Bild-Zeitung im Oktober 2022 sagte Lobinger, eine Heilung wird es bei mir nicht mehr geben, mein Krebs ist zu aggressiv. Es war wohl nicht abzusehen, dass er seinen 50. Geburtstag am 3. September feiern würde. Lobinger erzählte, im Februar sagten mir die Ärzte, dass der Tod näher rückt. Ich solle Verfügungen treffen, mich mit meiner Beerdigung befassen und mich von meinen Liebsten verabschieden. Die Gespräche mit meinen Kindern waren schwer. Sie wissen, wie schlecht es um mich steht. Das ist kein richtiges Leben. Das lebenswerte Leben findet draußen statt, sagte der mehrfache Olympia-Teilnehmer, der damals nach eigenen Angaben nur noch 66 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,90 Meter wog. Im Jahr 2022 verbrachte er mehr als 150 Tage im Krankenhaus. Trotz allem dachte er nie daran aufzugeben. Für jeden Tag, den ich leben und mit meiner Familie verbringen darf, lohnt es sich zu kämpfen. Lobinger entwickelte sich in den späten 1990er Jahren zu einem der besten Stabhochspringer des Landes und war der erste Deutsche, der die 6-Meter-Marke im Freien übersprang. Seine größten Erfolge feierte er jedoch in der Halle, 1998 wurde er in Valencia Europameister und 2003 krönte er sich in Birmingham zum Weltmeister. Im Freien gewann er bei der EM zweimal Edelmetall, 2002 holte er in München Bronze und 2006 Silber in Göteborg. Im Jahr 2017 erhielt Lobinger dann die Schockdiagnose Leukämie. Er kämpfte gegen die Krankheit an und durchlief mehrere Chemotherapien sowie Stammzellentransplantationen. Zwischenzeitlich schien es, als hätte er den Krebs besiegt. Doch 2020 musste er sich erneut einer Therapie unterziehen. Im Laufe der Jahre wurden die Schmerzen immer stärker, bis er schließlich nach einem langen Kampf keine Chance mehr hatte. Der Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes Jürgen Kessing sprach von einem sehr sehr traurigen Tag für die Leichtathletik, man verliere einen großartigen Menschen. Der Tanzsportler Joachim Jambi, Juror in der TV-Show Let's Dance bei der Lobinger 2011 mitgemacht hatte, sprach der Familie sein Mitgefühl aus. In den letzten Monaten in Lobingers Leben gab es nicht nur Krankheit und Trauer. Er ist kurz vor Weihnachten Großvater geworden. Seine Tochter Fee brachte Tochter Fia zur Welt. Die Kleine ist unglaublich, freute sich Lobinger gegenüber Bunte. Jung Opa zu werden, habe ich mir immer gewünscht. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abonnement sehr freuen. Und nicht vergessen die Glocke zu aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.